Ja! Dude! Moin Moin! Liebe Freunde! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge! Ja, schauen wir uns das mal hier an. Was ist das denn hier eigentlich? Ein Rasen? Warum hab ich da unten einen Rasen? Keine Ahnung. Ähm... Ja, wir sehen, hier ist einiges los. Sponsorentag ist erst abgehalten worden. Und... Ich wollte gerade mal gucken. Versteckt sich hier drunter eigentlich irgendwo? Das KSV Logo? Nicht? Kann man das irgendwie hinzufügen? Keine Voraussetzung. Äh... Sparschwein. Ehering. Äh... Ich hab das bei anderen gesehen, dass ich hier ein Logo habe. Aber... Liegt wahrscheinlich am Tisch. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal am Tisch gucken. Ähm... Das wollte ich einfach gerade mal kurz machen. Ähm... Ja... Dann müssen wir gleich mal hier gucken. Ah... Das müssen wir jetzt freispielen. Okay... Aber... Unser eigenes gibt es hier nicht. Oh, das ist ja gemein. Was ist denn das? Aha... Ne, das ist auch nicht so cool. Da möchte ich lieber wieder einen normalen Tisch haben. Äh... Nehmen wir mal... Das braune Holz hier. Ja, ja. Und dann kommt wieder mit unserem Schal dahin. Oder irgendwas anderes. Ähm... Muss ja auch ein bisschen seinen Arbeitsplatz, äh... Schön gestalten. Das... Äh... Muss ja einfach alles so sein. Weil sonst, äh... Ja, weiß man ja auch nicht, äh... Wie man da so arbeiten soll. Bla, 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 bla. Äh... Ja... Äh... Ist okay. So. Ich brauche ein paar Boncher. Äh... Äh... Na gut, lassen wir mal weiterlaufen. Äh... Äh... Ach, was wollt ihr denn mal von meinen Spielern? Einfach verkaufe ich euch alle. Alle! So, das große Geld. Manchester United hat Bastian Schweinsteiger gekauft. Das ist schon nicht wenig. Was wir dafür hingeblättert haben. Marcelo ist zu Manchester City gegangen. Und... Varane... Kenne ich den? Raphael... Raphael Varane? Bei 30 Mio? Auch nicht grad wenig. Da sind unsere Jungs wahrscheinlich auch ordentlich was wert, ne? So, ja komm. Verschwindet! Ich will euch nicht. Die Mannschaft steht mit 18 Punkten noch ungeschlagen auf einen Ausstiegsplatz. Bisher läuft alles bestens. Ähm... Das kommt nicht von ungefähr. Wir verfolgen ein klares Konzept und jeder springt für den anderen ein. Wir haben nur die Phasenweise... Äh... Phasenweise gezeigt, was wir tatsächlich... Äh... Zu was wir tatsächlich in der Lage sind, ja. Das ist leider nur eine Momentaufnahme. Das ist... Äh... San Marino beschäftigt. Ne... Für die... Also das geht echt gar nicht. Äh... Sie feiern. Aber für ihn nur frische. Not toll. Gescheitert. Autogrammstunde. Tralala. Aber... Sie haben 6 Punkte Beliebtheit bei der... Fett Club. Ja wunderbar. Ähm... Wo sie mal Karriere hier gehen. San Marino. Kann ich diesen... Vertrag nicht irgendwie kündigen? Ist das nicht irgendwo hier... Vertrag Nationalmannschaft? Auflösen bitte. Danke. Okay. Dann... Gucken wir mal weiter. Also das war ja schon mal hier... Interessanter Anhaltspunkt. Dass wir... Den Vertrag schon mal löschen können. Aber... So. Aufgelöst wurde der... Vertragsende ist dann 2014. Also irgendwie... Nächstes Jahr. Das war spitze. Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Ähm... Geht nochmal rund 20 Kilometer laufen. Das macht man ja. Das war auch witzig. Das war vor kurzem erst. Christine hat einfach mal ihren... Wagen gegen die Garage gesetzt. Nein. Heute mal nicht. Warum macht sie das nur mal wieder? Ich könnte mit ihr segeln gehen. Damit sie richtig Panik kriegt. Weil ich gar nicht segeln kann. Wir gehen einfach mal tanzen. Ja. Genug Geld haben wir ja eigentlich auch. Ich könnte mal irgendwie... wie wir das kaufen. Einen neuen Wagen vielleicht. Was haben wir denn hier? Oh. Bugatti für 5 Millionen. S5. Kauf ich mir den? Ja. Sehr gut. Ähm... Das hier steigt. Aber immer noch mit 6 Prozent Verlust. Gucken wir mal. Gleich gibt's doch bestimmt hier irgendwas mit Nationalmannschaft. Hab ich da vorhin gesehen. Äh... Jugendmannschaft zurück. Jugendmannschaft. Also heute ist noch nicht so viel los. Bisher. Leistung Nationalmannschaft. Natürlich wollen wir darüber informiert werden. Ähm... Ach, D'Ambur hat ein Tor geschossen. Und Julian Peukler ist auch dabei gewesen. Wunderbar. Gegen Griechenland. Das steht ja auch erst, äh... Oder steht ja auch bald bevor. Ähm... Deutschland spielt ja gegen Griechenland jetzt bald in der Europameisterschaft. Auch interessant. Seine achte... Äh... In achten Spielminuten hat das Tor geschossen. Sehr gut, D'Ambur. Sehr, sehr, sehr gut. Und der hat schon ordentlich Marktwert und verdient auch ordentlich viel. Das heißt, er wird bald nicht ganz so günstig sein. Sweet Danny ist auch in der Nationalmannschaft, aber kam nicht zum Einsatz wohl. So, das ist ja bisher noch gar nichts. Trainingsziel erreicht. Ja, wunderbar. Können wir euch weiterspulen. Ich habe gerade hier ein Cappuccino hereingereicht bekommen. Ich glaube, da werde ich gleich mal von ein bisschen schmecken. Und Bielefeld ist unser nächster Gegner, wie ich hier sehe. Okay. Dann werden wir davor gleich nochmal... Ähm... Ja, ein bisschen umrühren. Hausschmusler stellt Siegprämie in Aussicht. 50.000. Na ja, gut. Kriegen wir... Ähm... Nochmal hier die Nationalmannschaft betrachten. Jürgen Peukler, Österreich. Jeweils ein Tor geschossen. Sogar als der Innenverteidiger schießt ein Tor. Ja, wunderbar. Wichtige Ereignisse. 67. Minute. Wie haben wir sie jetzt gespielt? 1-0 oder... Warum steht da ein Tor, ein Tor? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich aber alles nicht. Na ja. Gut. Ähm... Nochmal kurz hier reinschauen. Man weiß ja nie, ob da hier... Aktienmarkt plötzlich mal durchdreht. Man weiß ja nie, ob er plötzlich mal durchdreht. So ein Mist! Ähm... Ist noch nicht komplett aufgestellt. Dann können wir gleich noch mit den Jungs reden. Angebot für Fast. 31 Millionen. Ich glaube, dafür handeln wir nochmal. 31 Millionen. Alter Schwede. Und wollte immer meine Spiele haben. Neue Dimensionen bei Real Madrid. Klar, neue Dimensionen. Er würde gerne eine Liga höher spielen. Aber das tust du ja bald. Das tust du bald. Ich verspreche es dir. So, du kannst jetzt mal gleich mal hier 50 Mio abdrücken. Für so einen super talentierten Spieler. Fast bleibt im Class for Soccer Dudes. Oh. Da ist er bestimmt gleich richtig angepiecht. So, Bielefeld. Platz 7. Ähm... Da gucken wir gleich nochmal hier hin. Erstmal kurz die Sachen hier wegschaufeln. Wir können uns nicht mit denen einigen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Unsere Mannschaft darf doch gerne mal... Das ist die zweite hier, ne? Mhm. Da Ericsson schon gut auf Form gewinnen. Kann es sein, dass die Spieler auch nur begrenzt stark wachsen können, wenn sie nicht ganz so starke Mitspieler haben? Das heißt, dass sich die Spieler gegenseitig bremsen. Vom Wachstum, vom Verbessern. Kommt mir irgendwie so vor. Weil Mr. Ericsson, der spielt doch jetzt so viele Spiele. Der müsste doch schon längst viel besser sein. Hm. Na, gucken wir mal. Also Death Hunter in der Aufstellung. Das ist natürlich gut. Darmbo ist nicht ganz so frisch. Das heißt, für ihn wird Flo Thunder bald reinkommen können. Ja, ne. Stärke 78. Meine Güte. Warum ist der so schwach? Was ist da los? Ähm. Form 9. Soll er sich mal noch beweisen? Ich gehe mal kurz. Ja. Mats wird reingeholt für Luca. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Gegen Bielefeld mit einem defensiven, einem offensiven. Geht klar. Ähm. Zutina. Können wir auch mal wechseln. Dass auch mal andere reinkommen. Exited. Hopman. Du willst ja auch nochmal ein Spiel haben, ne. Fast. Ja. Es tut mir leid, dass du jetzt ein paar Spiele hier nicht hast. Weil er ja sehr gutes Talent ist. Und da müsste man eigentlich weiter verfolgen, dass er, ne. Aber der Hopman, den habe ich ja versprochen, dass er öfter spielen wird. Gucken wir nochmal hier. Die Aufstellung, das ist in Ordnung. Äh. Die Einstellung. Taktik. Äh. Darmboot. Klappen die Distanzschütze schon eher? Ne. Lassen wir das mal. Laufwege. Ja. Vergleich. Also eine Spitze. Dahinter hängt eine Spitze. Ähm. Müssen wir auch irgendwas aufpassen. Robben, vielleicht knallst du dir den. Dann kann der vielleicht nicht ganz so viel weglaufen. Okay. Ähm. Dann wollte ich in die Teamführung. Äh. gut trainiert. Ja. So. Man sieht mir versprochen, dass er mehrere Ligaspiele durchspielen darf. Na. Das wird er doch auch bald machen dürfen. So. Dann werde ich gleich mal schauen, ob ich irgendwen vielleicht auch mal dieses sagen kann, deine Leistungen haben mir in letzter Zeit nicht so gefallen. Darauf wollte ich mal achten, wie das mit den Noten ist. Ob die Leute da auch tatsächlich, ähm, gute Noten durchziehen, wenn sie nicht das machen, dass man dann irgendjemand zum wechseln hat. Mats. Äh. Also. Setze ich ihn gleich von Anfang an da mit rein. Ja. Komm. Luca, du hast gut trainiert. Sonst können wir keinem ja was sagen. Erste Mannschaft. Dann wechseln wir nochmal Mats gegen Robben. Äh. Honeyboy Spielmacher weiter. Das ist in Ordnung. Gut. Dann gehen wir mal zu einem, ähm, zu einem Textmodus Spiel. Mal kurz hier schauen. Ja, ja. Ich glaub das Geld kriegen wir nie wieder rein. Nein, nicht 3D. Textmodus. Textmodus. So. Ähm. Äh. Wir graben jeden Zentimeter um. Ich werde vorher nochmal hier von meinem Cappuccino was trinken. Der ist ein bisschen heiß, aber. Anpfiff. Na, natürlich muss ich erstmal was trinken, ne? Äh. 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 Oh, da. Komm schon der erste Angriff. Solerlauf. Jetzt der zweite von Patrick Schönfeld. Durch die Abwehr. Julian Peukler kann zunächst klären, doch der Ball kommt zurück auf Patrick Schönfeld und er steht 0 zu 1. Jungs. Was ist da los? Sweet Danny holt eine Ecke raus. Ecke, die kann geklärt werden. Langer Ball auf rechts von Mats. Auf Stevie Hopmann bekommt das Leder unter Kontrolle und legt den Ball etwas zu weit vor. Den Verteidiger ist eigentlich Herr der Lage, will den Ball locker ins Ausrollen lassen. Doch Hopmann setzt nach. Kommt in Ballbesitz und zieht nach innen, während Tom Schütz überrascht hinterher stolpert. Ähm. Kluger Pass in die Mitte und Dessanter schießt das Tor. Und auch schon das nächste. Dabo mit einem Geistespiss lässt. Markus Schuler im Mittelfeld stehen. Weicht auf rechts aus. Bringt den Ball flach in die Mitte, wo... Honeyboy mit der Hacke auf den Freidesanter verlängert. Dieser netzt aus wenigen Metern aus der Drehung perfekt ein. Sehr schön. Flanke. Allerdings kein Problem für den Torwart. Gelbe Karte. Das sah schon mal hier was. Ah, da sind kurz zwei Bälle im Feld. Das ist... Joa. Ah, das wäre eine coole Situation gewesen. Der Sonner knallt den Ball aus 15 Meter gegen die Latte. Und Zwiedeni haut den danach ein bisschen daneben. Urtale versucht nach innen zu flanken. Der Ball wird abgefälscht. Kommt aufs Tor. Und Julian Beugler ist verletzt. Nein, nein, nein. Rückenprellung. Ah, ja, ja, ja. Na gut, dass wir noch mal Zutina da haben. Zum Auswechseln. Ich nehme zu wenige... Pasi, du bist ja eigentlich zentrales Mittelfeld. Wirst dann aber auf rechts mit eingesetzt. Joa. Das gefällt mir nicht, dass hier unsere Spieler kaputt gemacht werden. Das ist nicht gut. Äh... Okay, Exited konnte einen Angriff klären und hat dafür die gelbe Karte gekriegt. Was? Tausendste Auswärtsspiel für einen Spieler? Äh... Für einen Fan? So viele Spiele hatten wir doch noch gar nicht, oder? Okay. Also im Moment sieht das ganz gut aus. Gelbe Karte für Exited. Da müssen wir aufpassen. Jani. Ich motiviere dich noch einmal. Das freut ihn. Da ist er gut vorbereitet. Dann... Schöne Vorlage gewesen. Natürlich die Tore verdient. Da freut er sich natürlich. Ähm... Honeyboy mit einer Vorlage auch gut. Das interessiert ihn nicht ganz so sehr. Und Otaldo auch mit einem Schuss. Kann man auch mal probieren. Lassen wir die Jungs mal weiterlaufen. Schöne Kombination. Über drei Stationen beim KSV Zirkenbrust. Am Ende passt Sweet Danny auf Honeyboy. Und der Nationalspieler vollendet aus elf Metern zum 3 zu 1. Ach, Honeyboy ist jetzt auch Nationalspieler. Mensch. Ah ja. U19 oder U21, ne? So, 3 zu 1 ist schon mal ein gutes Ergebnis. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Ronny Grundmann wird zurückgepfiffen. Aber es war wohl gleiche Höhe. Spielerwechsel. Daran sollten wir auch denken. Gefährlicher Freistoß in Stieg. Gefährliche Freistoßchance für Amina. Zutiner konnte Patrick Schönfeld nur mit einem Foul stoppen. Die Torempfehlung beträgt gut 20 Meter. Grundmann und Dennis Riemann diskutieren noch. Ronny Grundmann wird wohl schießen. Langer Anlauf. Michael Jani ist unten und hat den Ball. So, Aufstellung. Rosander, wechsel mal bitte mit Darnbow. Daudi ist auch nicht mehr ganz so frisch. Huch. So. Dann haben wir gleich noch eine Möglichkeit zu wechseln und das wird, weiß ich noch nicht mehr. So. Ähm. Hallo? Wurde das nicht übernommen? Hallo? Hey. Ich möchte wechseln. Fast. Äh. Irgendwie. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wo ist... Wir sind... Äh. Ach Daudi. Auf der... Ey. Das ist doch irgendwas komisch da. Wir sind jetzt zwei weniger... Zwei Spiele weniger oder was? Hallo? Computer? Ja. Endlich. Meine Güte. So. Da kommen sie rein. Ich dachte schon gerade, wir kriegen hier erstmal schön Unterzahl. Zwei Spiele weniger. So. Okay. Passt schon. So. Am Ende wollte ich glaube ich nochmal Berat von der Chance geben. Oder Leon Robben. Gucken wir mal. Matzen in drei. Machen wir mit Leon Robben. So. Das hat sich davongestohlen. Eine schöne Steilvorlage auf St. Dandy. Am Strafvoll spielt der Clever zurück in den Abwehr auf... ...der Abwehr auf den freistehenden Hannibal. Der aus elf Metern trocken ins Verlassene zum 4 zu 1 geht, aber er kläglich verzieht. Ah. Verletzung in Bielefeld. So. Hier. Robben. Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Hallo? Hallo? Na. Irgendwie klappt das nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht mit diesem Spiel. Ich fühle mich ein bisschen beknackt, dass ich hier nichts machen kann. Dann muss ich so einen wechseln. Oh. Oh. Zutinam mit einer 5. Ach. Ich hab nur noch... Deswegen, ey. Bei einer Kofferverlängerung aus dem Mittelfeld schlägt Tom Schütz so, dass Otaldo allein auf den Torwart zulaufen kann. Doch Tom Schütz setzt nach und kann den Dude in höchster Not noch am Schuss hindern. Riesenchance in Kiel. KSV Zockersus kontert. 5 gegen 4. Überzahl. Flo Sander. Honeyboy hat nur noch Patrick Platins vor sich. Querpass auf Otaldo, der noch einschieben muss. Tor! 4 zu 1. Wunderbar. Schön gemacht, Jungs. Super Ergebnis. Die putzen wir doch vom Feld. Schöne Spiel. So. Einen rechten Fünfer, wo Dessander hochsteigt und ist aufs Torköpf, aber der Torwart ist am bedrohten Eck. So, das Spiel ist hier gleich vorbei. Schlusspfiff. Ende Gelände. Ja. War eigentlich gut in Ordnung. Also damit kann man leben. Nur, dass ich hier das irgendwie nicht gecheckt hatte, weil wir eine Verletzung hatten. Rückenprellung und dass ich da nicht einen weiteren reinziehen konnte. Schauen wir uns mal kurz die Noten an. Die sind eigentlich ganz gut. Dessander natürlich mit einer 1,02 Tore verdient. Honeyboy, zwei Vorlagen, ein Tor. Verstehe ich nicht ganz, dass er nämlich auch eine 1 hat. Wie ist ein 1,5? Sweet Danny 1,5 als Vorlage. Ja. Otaldo eine 1. Damit können wir leben. Wir haben ein gutes Ergebnis gemacht oder gespielt. Sieht man natürlich auch hier an den Bielefeldern, dass wir hier nur 4 und 5 und so einen Dreh haben. Dass sie uns einfach klar unterlegen waren. Es kann natürlich auch mal passieren, dass man super schlecht spielt und trotzdem gewinnt. Also es ist ja alles möglich im Fußball. Wir führen mit 21 Punkten. 15 Punkte Frankfurt. Oh, das würde mich echt freuen, wenn Frankfurt weiterkommt, aussteigt. Wäre schon cool. Fußball bedeutet Freiheit. Richtig. Was Dessander heute gespielt hat, war meiner Meinung nach Weltklasse. Aus einer starken Mannschaft hat er sogar noch herausgeragt. Drei Punkte sind völlig verdient in Kiel geblieben. Danke. Das wussten wir auch. Das fand der Otaldo Sweet Danny. Schöne Sache. Ja. Da steigen wir langsam mit unseren Noten auf. Haben wir aber schon mal besser gesehen am Anfang der Saison. Und das ist jetzt schon besser. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag wir hatten das eigentlich. War nicht so weit, ne? Santa Cruz. Gut. Jetzt geht's gegen Florenz. In der Europa-Liga. Ei, ei, ei. Sponsor bezahlt. Siegprämie. Riskantansprache erfolgreich. Fällt aus. Fünf Tage. Na gut. Lass mal kurz vorspulen bis zur Europa-Liga. Und dann machen wir mal ein internationales 3D-Spiel. Die Taktik überlege ich mir dann gleich noch. Unter Achring verliert. 4 zu 0. 50.000 Euro. Klar. So, wen haben wir denn jetzt hier nicht drin? Julian Peugler. Natürlich kommt dann Zutjner rein. Wir brauchen einen Innenverteidiger hier. Die Jungs sind alle noch relativ frisch. Mats wird wohl zwischendurch wechseln müssen. Fast bring ich auch rein. Ich denke, das ist wohl das, was man hier machen kann und machen sollte. Vielleicht auch so. So, ich habe ja unsere starke Ausstellung. Meine Güte, ich habe gerade voll den Kloß im Hals. Naja. Gut. Das war's auch für diese Folge. Und wir sehen uns ja gleich wieder in dem 3D-Spiel. Ne? Ihr wisst ja, zwei Folgen an einem Tag. Das war die erste. Gleich kommt die zweite. Macht's gut!